Wow! Vielen Dank und Respekt, dass ihr bei diesem Wetter ausharrt. Vielen, vielen Dank. So, was würdet ihr tun, wenn dies euer letzter Tag auf Erden wäre. Ihr wäret hier, oder? Hier ist jemand, der möchte euch eine Antwort geben. Hier ist dann! Und ich will eure Hände! Das ist der Ende, mein Leben ist weg. Normalerweise werde ich sein. Eternity betreut mich again. Er ist ein weiteres Hecht. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Right! We'll be right back. 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 Right! 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 Untertitelung des ZDF, 2020